Mein Team braucht mich. Die Kälte werden uns rückschlagen. Du kannst nicht wieder da rausgehen. Ich hätte dich beinahe, hallo? Im Moment ist alles relativ ruhig. Stimmt das, was ich in Jolls Bericht gelesen habe? Sie haben untätig zugesehen, wie der Anführer der Roker auf ihn geschossen hat? Was hätten Sie getan, wenn Axel meinen besten Kämpfer getötet hätte? Joll hatte die Situation unter Kontrolle und ich habe ihm vertraut. Dennoch war es ein enormes Risiko. Was kann ich für Sie tun? Dennoch haben wir die Situation untertitelung. Es geht um keine Art von Zerein. Das ist ein sehr guter Wettbewerb. Er hat eine Anführer der Rekord. Man hat ihn ausgesplänzen. Ich werde ihn wirklich aufzuhören. Er hat eine Anführer der Rekord. Er hat einen Anführer der Rekord. Er hat einen Anführer der Rekord. Er hat einen Anführer der Rekord. RIDER! RIDER! Schützen Sie sich vor Gefahren! Hier, ich habe die Antibiotika für Cadara. Denken Sie, die Siedler werden es schaffen? Bestimmt. Sobald Sie diese Medikamente haben, wird sich Ihr Zustand bessern. Und ich sorge dafür, dass Sie wissen, wem Sie dafür zu danken haben. Ich konnte einen Äonenfilter für Eladen auftreiben. Jetzt sind Sie an der Reihe. Ich werde ihn sofort dorthin bringen. Die Leute werden erleichtert sein, dass sie endlich genug Wasser haben. Alle Systeme im grünen Bereich. 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 Ein Moment. Ich versuche ein Vorhersagemodell auf dieses Fragment anzuwenden. Na bitte, ein gemeinsamer Vektor. Er könnte uns zu einer Ursprungsposition führen. Gute Arbeit. Machen wir uns auf den Weg. Anomalie geortet. Schicke Sonde aus. Anomalie gefunden. Pathfinder. Auf exakt diesen Nav-Punkt haben die Daten der ZK-Tracker hingedeutet. Richtig. Addisons Auftrag. Mal sehen, ob uns das hier bei der Suche nach ihrer verschwundenen Wissenschaftlerin weiterhilft. Verdammt. Das Shuttle ist nur ein Relais. Aber ich glaube, wir können uns in ihren Feed einklinken. Moment. Das Signal kommt durch. Wir sind bereit für die Koordinatenübertragung und... Wer zur Hölle? Wir wurden entdeckt. Klapp die Verbindung! Hört das denn nie auf? Ich bin der Pathfinder! Der Pathfinder? Es ist also doch noch einer aufgetaucht? Halt die Klappe, Harlen. Ist dort Dr. Kennedy? Sind Sie okay? Direktor Addison macht sich Sorgen um Sie und Ihre Tech. Halten Sie sie im Gespräch, Ryder. Signalverfolgung läuft. Ich will nur, dass die Diebstähle aufhören. Die Bewohner dieser Außenposten versuchen, sich ein neues Leben aufzubauen. Ja, ja. Das neue Leben in den Außenposten. Zeig es Ihnen, Harlen. Haben die etwa gerade Dr. Kennedys Patientenakte weitergeleitet? Ryder! Sie ist schwanger. Die Frau ist schwanger! Die Frau weiß selbst, in welchem Zustand sie ist. Chemische Blocker waren im Kryoschlaf Standard. Wir sollten sie eigentlich erst aufheben, wenn sich die Lage hier stabilisiert hat. Und wann sollte das sein? Alles ist schiefgelaufen und die Nexus hatte keinen Plan. Sie gehören zu Addison? Tja, sie hat sich auf Tens Seite geschlagen. Sie meinte, solange die Lage nicht stabil ist, könnten wir keine weiteren Mäuler stopfen. Aber das hier ist was anderes als abzuwarten, bis man sich ein Haus leisten kann. Hier geht es um unser Überleben. Also bin ich gegangen. Mit genügend Medikamenten, um Harle und mich von den Blockern runterzukriegen. In welchem Monat sind Sie? Dr. Kennedy, in welchem Monat? Im achten. Plus minus ein paar Tage. Wir gehen nicht wieder zurück und Sie kriegen auch meine Technologie nicht. Wir kommen gut ohne Sie, klar. Sagen Sie Addison... Ach, scheiß drauf. Sagen Sie ihr gar nichts. Schalt ab. Sie haben den Kern geflasht. Ich konnte das Signal nicht zurückverfolgen. Addison wird hiervon wissen wollen. Und ich habe ein paar Fragen an Sie. Ich bereite Wittkon Kommunikation vor. Direktor Addison, ich habe eine Spur zu Dr. Kennedy und Ihren Trackern gefunden. Sie lebt noch? Ja, und sie ist im achten Monat schwanger. Verfluchte Scheiße. Sie ist nicht verschwunden. Dr. Kennedy hat die Nexus verlassen, um ein Kind zu bekommen. Sie hatten wirklich keine Ahnung? Ich wusste, dass sie sich eine Beschleunigung des Zeitplans wünschte. Aber wir hatten keine Welten. Uns war klar, dass wir viele von uns verlieren würden. Ich wollte nicht auch noch Babys sterben sehen. Von all den dummen, unverantwortlichen, egoistischen... Sie war schon immer so. Sogar schon auf der Erde. Sie hat mir diese ganze Sache überhaupt erst eingeredet. Und jetzt? Jetzt müssen wir ihr den Arsch retten. Sie sagten, Dr. Kennedy hätte Ihnen diese ganze Sache eingeredet. Was meinen Sie damit? Sie ist eine alte Studienfreundin. Wir hatten uns an längerer Zeit mal wieder getroffen. Und sie erzählte mir von einem Projekt, auf das sie sich vorbereitete. Die Andromeda-Initiative? Ja. Und hätte ich nicht vor einem Jahr Nein zu ihr sagen müssen, wäre sie jetzt auch noch hier. Dr. Kennedy scheint Teil einer Gruppe zu sein. Diebstähle hin oder her. Sie ist jedenfalls nicht auf sich allein gestellt. Und wie lange wird das so bleiben? Sie ist die klügste Person, die ich kenne. Handelt aber trotzdem viel zu oft, ohne richtig nachzudenken. Ryder, wir haben zwei Reden für das erste Kind in Andromeda vorbereitet. Und glauben Sie mir. Sie wollen diejenige mit dem guten Ende hören. Wann sollten die Verhütungsmittel aufgehoben werden, die einen vor dem Kryoschlaf verabreicht wurden? Schwer zu sagen. Je nach Situation. Sie müssen gewusst haben, dass diese Antwort die Leute frustrieren würde. Natürlich, aber es war die einzige, die wir ihnen geben konnten. Die Alternative wären noch mehr hungrige Mäuler und noch mehr Tote gewesen. Wir wissen, wie wir sie aufspüren können, indem wir noch mehr ihrer ZK-Tracker finden. Ich hoffe, Sie können sie rauslocken, indem Sie weitere Außenposten errichten. Vorausgesetzt, sie hat die Protokolle nicht geändert. Sie ist im achten Monat. Da hat sie vermutlich andere Dinge im Kopf. Was für ein verfluchtes Chaos. Sie müssen sie finden, Pathfinder. Das erste menschliche Kind in Andromeda darf nicht einfach verschwinden. Das erste menschliche Kind in Andromeda darf nicht einfach verschwinden. Das erste menschliche Kind in Andromeda darf nicht einfach verschwinden. Das erste menschliche Kind in Andromeda darf nicht einfach verschwinden. Das erste menschliche Kind in Andromeda darf nicht einfach verschwinden. Sonde unterwegs. Ich habe etwas gefunden. Ich grenze die Liste der möglichen Orte jetzt ein. Das erste menschliche Kind in Andromeda darf nicht einfach verschwinden. Das erste menschliche Kind in Andromeda darf nicht einfach verschwinden. Ich habe einen ZK-Tracker entdeckt. Scannen Sie ihn. Wir müssen rausfinden, wo sich Dr. Kennedy aufhält. Das ist mir bewusst. Glauben Sie mir. Eingeklingt. Wenn wir die Quelle finden, verschafft uns diese Technologie Zugang zur Initiative. Außerdem ist die Brüterin ein symbolisches Ziel. Zeigt kein Erbarmen. Die Roker haben es auf Dr. Kennedy abgesehen. Wissen wir, wo sie ist, Suvi? Negativ. Wir brauchen noch einen Tracker. Verdammt. Sind jetzt im Orbit von Kadera. Das ist jetzt. ok Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dann dreht man ihnen eine Sekunde lang den Rücken zu Die Kisten bewegen sich nicht von selbst, Leute! Kann ich ihnen helfen? Es hieß, sie könnten mir helfen, eine Angara namens Lietta aufzuspüren Nein, kann ich nicht Warum nicht? Ich wurde für mein Schweigen großzügig entschädigt Und ich bin ein Mann, der zu seinem Wort steht Das verstehen sie doch bestimmt Wieso sollte sie sie dafür bezahlen, ihre Spuren zu verwischen? Es ist nicht meine Aufgabe, Fragen zu stellen Außerdem hätte sie es mir sowieso nicht erzählt Wir waren zwar nicht die dicksten Freunde, aber an dem Tag, als sie abgehauen ist Hat sie mich wie einen Fremden behandelt Ich sollte ihnen das nicht erzählen Tun wir einfach so, als hätte ich nichts gesagt Sie haben die Wahl Entweder sie helfen mir Oder der Scharlatan wird ihr Leben um einiges komplizierter machen Sie blöffen doch Wollen sie es darauf ankommen lassen? Nein Ich kann ihnen nicht sagen, wohin sie gegangen ist Aber ich kann sie auch nicht davon abhalten Einen Blick in meine Aufzeichnungen zu werfen Vor allem dann nicht, wenn sie wüssten, dass das Passwort 1837 ist Alles klar, danke Keine Ahnung, was sie meinen Danke für ihre Zeit Zurück an die Arbeit Hey ihr zwei Zurück an die Arbeit mit euch Ich wünschte, wir hätten Kidera vor zehn Monaten gefunden Wenn die Leute gewusst hätten, dass hier ein Leben nicht liegt Wäre das vielleicht gar nicht zu dem Aufstand gekommen Hey, Ryder Seien Sie vorsichtig, Ryder Ich weiß, Sie glauben, dass Sie im Scharlatan einen Verbündeten haben Aber er hat sie schon einmal belogen Ich bin okay, Mama Wirklich Aber danke, dass du mich so umsorgst Ich mache das nicht für jeden Nur für Freunde Will ich es überhaupt wissen? Hä? Oh, der Der Idiot hat sich von seinen Freunden belabern lassen Mich zu einem Kopfstoß-Duell herauszufordern Tolle Freunde Hey Nicht in meiner Bar Ich kenn dich, Nexus Deine Leute haben meine Freunde verletzt Jetzt bist du dran Da ist jemand scharf auf einen Kampf Sind Sie dabei, Ryder? Aber immer doch Du hast angefangen Ich bring's zu Ende Ach ja? Und mit welcher Armee? Ich brauch keine Armee Ich hab einen Kroganer Wie bescheuert bist du eigentlich? Was ist das? Guck! Aaaaaah! Aaaaaah! Ich werde langsam zu alt für diesen Scheiß. Hey, Ryder. Eine Bitte. Kein Wort zu Cash, okay? Ich verpfeife Sie doch nicht. Danke. Ich will Sie einfach nicht beunruhigen. Sie sind mein neuer bester Freund. Ah, Ryder. Darf ich Ihnen meinen neuen besten Freund vorstellen? Ähm, wie war nochmal Ihr Name? Samrick. Na klar, richtig. Also Samrick hier ist total süß und er kann gut verstehen, wie traurig ich darüber bin, dass mir Pock gestohlen wurde. Er hat früher mit unserer Freundin Kalinda zusammengearbeitet und weiß, wo sich ihre Crews treffen. Er kennt ihre Unterschlüpfe, Sammelpunkte und so weiter. Nun, das macht Samrick zu einem äußerst wichtigen Mann. Ja, nur hat er leichte Schwierigkeiten, das zu begreifen. Hören Sie. Ich weiß die Drinks und ihre Schmeicheleien echt zu schätzen, aber Kalinda mag es nicht besonders, wenn man über ihre Geschäfte quatscht. Sie hat mich ziemlich übel zugerichtet, als sie mich aus ihrer Gang geschmissen hat. Und ich habe keine Lust, dass sich das wiederholt. Sie sitzen in einer öffentlichen Bar in Kaderaport. Mit uns. Kalinda wird davon erfahren und vom Schlimmsten ausgehen. Ja, und selbst wenn Sie 30 oder 40 Mal schreiend Ihre Unschuld beteuern, wird ihr das vermutlich nicht reichen. Also können Sie uns auch einfach erzählen, was wir wissen wollen. So springt für Sie zumindest noch ein kostenloser Drink raus. Okay, scheiß drauf. Sie haben vermutlich recht. Und ich habe immer noch Durst. Danke, Ryder. Ich glaube, er wird jetzt kooperieren. Ich werde schon bald wissen, wo ich Pog finde. Der Kopf war klasse, was? Ich bin überrascht, dass Sie uns noch reinlassen. Machen Sie Witze? Wir sind jetzt Legenden. Und wie sollte uns die Drinks umsonst geben? Und nicht zu viel Spaß, ja? Es ist ja noch früh. Oh, das ist wichtig. Vom Schluss. Gere Perm impost. Durchaus, wie gierig sie meiner Zeit sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alle Systeme im grünen Bereich. Sind jetzt im Orbit von Kaderra. Die ZDF für funk, 2017 Ich habe den letzten ZK-Tracker entdeckt, den wir benötigen. Sehr gut. Wir müssen Dr. Kennedy unbedingt vor den Roker finden. Kelo hatte recht. Es gibt hier Hinweise auf die Kett. Aber ich kriege auch Daten rein. Durch die vier Tracker haben wir jetzt eine Ursprungsposition. Sie ist... Auf Volt. Auf Volt? Da gibt es immer noch haufenweise Kett. Wir müssen das Baby in Sicherheit bringen. Vor dem Aufstieg und den Roker. Also los. Auf nach Volt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Beginne mit dem Anflug. Volt Orbit ist stabil. Anflug. 1. 6. 10. 11. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 LZ ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Ich registriere einen Temperaturabfall. Mayday, Mayday! Falls uns irgendjemand von der Initiative hört, wir brauchen Hilfe! Hier spricht der Pathfinder. Sie kriegen es möglicherweise mit Roker und Cat zu tun. Nein, 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 nicht jetzt! Das klingt nicht gut. Können Sie fliehen? Das bezweifle ich, Pathfinder. Das ist nicht gerade der perfekte Zeitpunkt. Tempin, Dr. Kennedy braucht sofort einen Fluchtvektor. Verstanden. Gebt mir eine Waffe. Die Frau gefällt mir. Gehen wir. Sagen wir Ihnen, Sie sollen sich beeilen. Halten Sie durch, Doktor. Wir tun, was wir können. Ach, gut. Hier hat es nämlich jemand. Eilig. Der Schiss voraus. Sieht aus, als würde Energie fehlen. Sie kommen uns zu nahe. Ich starte jetzt. Warten Sie, bis es sicher ist. So viel Zeit haben wir nicht. Das waren die Letzten. Alles klar bei Ihnen, Doktor? Wie sieht's aus, Kennedy? Uns geht's gut. Ihm geht es gut. Ja! Bringen Sie sich in Sicherheit, Doktor. Aber vergessen Sie nicht. Wir müssen die Sache noch mit Edison klären. Verstanden, Pathfinder. Ich registriere einen Temperaturabfall. Ich habe mich für ein Waffe. Was ist das? Falls es nicht klappt, weiß sie wenigstens, dass sie es versucht hat. Sie scheint glücklich darüber zu sein, dass sie etwas beitragen kann. Mehr kann ich wirklich nicht verlangen. Gegner vor uns! Stärke ihre Schäden! Stärke ihre Schäden! Die Schäden! Die Schäden! Das ist wunderbar. Schalten Sie sie rasch aus. Vielleicht schlagen Sie ja meine persönliche Bestleistung. Nicht vergessen, Sie müssen sie so schnell ausschalten wie möglich. Ich habe einen erledigt. Bleiben Sie wachsam. Da kommen noch mehr. Bleiben Sie wachsam. Da kommen noch mehr. Ich stärke Ihren... Noch mehr Gegner. Noch mehr Gegner. Wir haben es geschafft. Andrachnor ist geschlagen. Wir sind ein tolles Team. Ausgezeichnet. Wir haben schon früh gelernt, dass jeder Schuss zählt. Wie haben Sie das alles eigentlich gelernt? Es macht nicht den Eindruck, als hätten Sie besonders viel Hilfe gehabt. Hatte ich auch nicht. Und die Antwort lautet, ich habe viele Fehler gemacht. Fehler gemacht, überlebt, wütend geworden, aufgestanden und gelernt, den Fehler nicht zu wiederholen. Dabei hätte mir auch niemand helfen können. Das musste ich alleine hinkriegen. Interessant. Die Sache ist nur, nicht alles funktioniert für jeden. Man muss seinen eigenen Weg finden. Und meinen kenne ich. Wir nähern uns der CAT-Einsatzzentrale. Die Sache ist nur, nicht alles. Ryder, zurück für eine weitere SK-Herausforderung. Ich habe einen subtilen Test für Sie. Bringen Sie in eine CAT-Basis ein und laden Sie eine vollständige Kopie Ihrer Dateien herunter. Feindliche Shuttle im Anflug. Jetzt kann ich nicht. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was ist das? Bleiben Sie wachsam. Da kommen noch mehr. Wir haben neue Gäste auf der Party. Wir haben neue Gäste auf. Stärzungszündliche Tübe! Wow, großartiger Schuss! Feinde! Nimm auf! Stärzungszündliche Tübe! Keiner weniger! Vergessen Sie die Ablenkung! Wir rücken einfach vor! Ich glaube nicht, dass wir hier fertig sind! Da sind Kett! Da sind Kett! Da sind Kett! Da sind Kett! Wird schnaball schon mal vollkommen! Wasp! Es ist ein beeswähler, gerbe das Ch很好! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Feinde! Cat! Läderfluss! Das dürfte es gewesen sein. Sam ladt alles runter. Dann greife ich mal in die Trickkiste. Das dürfte es gewesen sein. Sam ladt alles runter. Läderfluss! Für sich selbst und für Sid. Sehr freundlich, Cora. Die meisten halten mich für verrückt, weil ich sie hier rausgezerrt habe. Nein, ich meine davor. Sie haben sich alleine durchgeschlagen und sie aufgezogen. Bei Ihnen klingt das, als hätte ich eine Wahl gehabt. So war es aber nicht. Tut mir leid. Ich wollte nicht... Schon okay. Hat ja ganz gut geklappt in Anbetracht der Umstände. Wie auch immer. Glückwunsch dazu. Ich hätte das nicht geschafft. Ach, kommen Sie. Sie schmälern Ihre eigene Leistung viel zu sehr, Cora Harper. Ryder, zurück für eine weitere Heska-Herausforderung. In der Nähe hält sich ein gigantischer Koloss auf. Wollen Sie ihn zur Strecke bringen, bevor er Jagd auf Sie macht? Wollen Sie ihn zur Strecke bringen, bevor er Jagd auf Sie macht? Die Heska-Halliagd bei langen Missionen, um etwas zu essen zu haben. Später dann aus Tradition. Gute Arbeit. Ich habe nun mehr als genug Beweise für Ihre Fähigkeiten. Wir sollten jetzt wieder persönlichen Kontakt aufnehmen. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Die Temperatur sinkt, Deter хлpflames raus. Die Temperatur stellen. Den Nachmittag. Die Temperatur sinkt, Deter? Die Temperatur sinkt. Die Temperatur sinkt, Deter. Der Temperatur sinkt, Deter. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Lebenserhaltung ist stabil. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Was wohl all diese blinkenden Lichter bedeuten? Die Verteidigungssysteme des Lagers stehen kurz vor dem Zusammenbruch. Tut mir leid, tut mir leid, Sir. Haben Sie Fragen? Was kann ich tun? Ryder? Ich wurde informiert, dass die Vorratslieferungen wieder durchgeführt werden und darüber, was sie verhindert hatte. Danke für Ihre Hilfe, Pathfinder. Oh, daranker! Oh, siehern! Oh, die Gremier. Oh, die sind wir, die in die Höhe! Also, Sie haben die Höhe! Oh, das war wirklich! Oh, siehern! Um, siehern! Oh, siehern! Oh, das war! Ich bin, wie es? Oh, diese Unions? Oh, diesen? Okay. extreme kälte registriert pathfinder lebenserhaltung ist stabil es Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. 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 Anomalie geortet. Sonde unterwegs. Erhalte Scandaten. Die Strahlungsspur passt zu den bisherigen Scans. Das ist unser Shuttle. Untertitelung des ZDF, 2020 Anomalie geortet. Sonde gestartet. Ich habe etwas gefunden. Pathfinder. Die Scans bestätigen, dass die Spur des beschädigten Shuttles zu einer Landestelle auf der Oberfläche von Kedera führt. Die Spur des ZDF, 2020 sind jetzt im Orbit von Kedera. Die Spur des ZDF, 2020